Prominentenbesuch hatten die Reitersleute vom ländlichen Reit- und Fahrverein in Fritzlar. Der XXL-Ostfriese Tamme Hanken war zu Gast in der Domstadt. Hanken hat sich einen Ruf als Chiropraktiker gemacht, der Pferde kuriert und vor allem den Reitersleuten wertvolle Tipps gibt, die den edlen Vierbeinern zugute kommen. Als Hanken die Pferde unter die Lupe nahm, hatte er gleich über 20 Zuschauer. Sie schauten dem Pferdeexperte zu und hörten vor allem genau hin, was er zu sagen hatte. Ohne große Umschweife ließ er sich die Pferde vorführen, beobachtete sie in Schritt und Trab, um dann sein fachmännisches Urteil abzugeben. Beseitigungen von Blockaden, Entgiften, Reha-Maßnahmen und Ernährungssipps gehören zu seiner Arbeit. Und auch ostfriesische Weisheiten. Wie ist das in Ostfriesland, wenn die den Trockenfutter haben, die Leute? Dann kriegt die Frau morgens ein Maß Trockenfutter, ein bisschen Milch drauf, Cerealien für die Hausfrau, gesundes soll es sich geben. Und der Hund kriegt das Fleisch. Du bist entweder ein bisschen beschissen worden, wie du den Seil gekauft hast, oder hast keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt beides hin. Ja, und wenn er damit geritten worden ist, haut das Pferd dir immer ab. Was ist mit ihm los? Darum, wenn ich mir eine Frau suche, dann frage ich immer, hast du ein Pferd? Zeig her den Gaul. Wenn ich den über den Rücken komme, weiß ich, ob ich weitermachen soll oder nicht. Ich bin ein Pferd.